Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft hier auf RedButterflyGaming mit mir, dem Wilhelm und der Große ist auch noch mit dabei und der sagt mir jetzt mal die Koordinaten von dem Dorf, das er entdeckt hat, damit ich mal dazukomme. So, wie ist es? Richtig. So, äh, minus 2914. 2914, das blöd ich muss da in die Richtung noch gehen. Genau, und 750. Boah, das ist aber weit weg. Ja. Äh, was war das erste? 2000 was? Minus 2916 jetzt. Boah. Ja, je nachdem, wo ich hingehe. Da muss ich noch 900, 900 in die eine Richtung gehen und, und, noch 500 in die andere Richtung und da ist ein Riss. Ich wäre fast in den Riss gefallen. So, da hast du noch ein bisschen was zu tun. 2.900 und 700. Ich stolp's mal hier rein. Ja, 2.900 und 700. Also, das einzigste, was mich stört, ist das mit der Maus, dass die sich, wenn ich sie loslasse, einfach selbstständig macht. Ich verstehe das nicht. Ja, keine Ahnung, was du da hast. Ich weiß nicht. Boah, hier sind so fiese... Es sind so fiese Lava-Löcher im Boden, weißt du, so ein einzelnes Loch im Boden und darunter blubberts. Normal. Doch, ich brate mir jetzt hier schnell essen und dann ziehe ich weiter. Ja, okay. Ich werde mir das Dorf dann genauer ansehen. Ich weiß nicht, was ich finde, ich habe. Jetzt haben wir einen Schwarzeichenwald gefunden. Das ist nicht schlecht, aber ein Dschungel fehlt noch. Ja, oh ja. Auch für Kakaobohnen und sowas. Kakaobohnen, Tropen, Holz und Papageien und Katzen. Wir brauchen einen Papage. Boah, das Hammelfleisch hält ja fast gar nicht. Nee, das ist unnütz. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Das hält echt nur kurz. Das lohnt einfach nicht. Nee, deswegen, die Schafe, die habe ich jetzt auch hauptsächlich nur noch für Wolle bei mir zu Hause und dann werde ich halt die Kühe und die Vögel, die ich da habe, werde ich dann benutzen. So. Was ist denn das hier? Was? Wie kannst du denn einen Screenshot machen? Ähm, Moment. Ich glaube, das war... Minecraft hat doch auch die Funktion. Irgendeine F-Taste. F2. F2. Alles klar, erstmal Screenshot gemacht. Kann ich dir dann später mal zeigen. Was ich da entdeckt habe. Hier sieht es ja überall so aus. Alles klar. Oh, die Blumen, die sind auch schön. Was sind das für welche? Orchideen, oder? Die blauen. Ich glaube schon. Die sind echt schön. Man, äh, sind mittlerweile schon echt schöne Pflanzen hier bei Minecraft reingekommen. Ja. So, ich ziehe mal weiter. Bisschen Weizen nehme ich mit. Oh, die haben hier viele Karotten. Alles klar. Äh, kannst du die Karotten vielleicht einpacken? Ich habe nämlich wirklich kaum noch Platz im Inventar. Ich nehme ein paar mit. Ich lasse viele noch hier, die noch nicht fertig sind. Aber so ein paar nehme ich mal. Nimm am besten... Ja, obwohl ich habe Angst, dass du dann auch noch stirbst. Obwohl... Ach, keine Ahnung. Lass nur mal so ein paar wenige da. Ja, das ganze Feld ist noch voll. Die sind noch nicht fertig. Kartoffeln haben die auch. Ja, nimm von allem ein bisschen was mit für den Fall, dass du... Die haben hier auch noch irgendwas komisches, was rot ist. Ich weiß nicht, was das ist. Rote Beete gibt es ja auch mittlerweile. Ah, naja, haben die hier auch. Aber ich habe halt echt... Ich habe halt quasi nur noch zwei Slots im Inventar. Das ist das Problem. Ich musste dann nochmal das Inventar erstmal freiräumen, bevor ich da richtig looten kann. Das ist scheiße. Wir hätten erst noch zu Hause sein müssen. Aber das ist so weit weg. Ja, das ging schon. Jetzt muss ich alles nur noch hier. Jetzt muss ich nur noch in die Richtung. Pflanze aber wieder an, was ich mitgenommen habe, ne? Ja. Ich glaube, es wird Nacht. Glaube ich auch. Wollen wir uns nicht vielleicht im Dorf hinlegen? Ja. Falls du nicht genug Wolle hast, du kannst ja die Laternen von denen. Die sind ja aus schwarzer Wolle. Oh, gut zu wissen. Ein Bett habe ich so noch dabei. Krass, die da schnell eins. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg. Also die 750 hinten habe ich schon erreicht. Nur vorne bin ich bei 2300. Das bedeutet noch ein kleines bisschen. 600 Schritt. Oh, das schaffst du noch. Noch ist es nicht ganz dunkel. Aber jetzt spawnen langsam die Monster. Ich habe mich mal erkundet. Weißt du, was für Monster ich fast nie gesehen habe im normalen Survival-Mode? Schleime. Nein. Stimmt. Die siehst du nur in diesem Creative. Ja, ich weiß nämlich jetzt, wie die spawnen. Ja, wie denn? Äh, in Sümpfen. Nur wenn Vollmond ist. Achso. So, hier endet jetzt gleich der Sumpf dort hinten. Dann bin ich wohl da, oder? Ja, dann kommt das Dorf gleich. Oh, hier sind schon Zombies. Verflucht. Ja, gehen in irgendein schönes Haus. Ja, die haben keine Wolle. Keine Wolle? Nein, die haben keine Laternen in der Säcke. Fuck. Sehe ich hier noch ein Schaf? Ja, ich glaube, da unten sehe ich ein Schaf. Wie viel Wolle hast du? Ne, das sind Schweine. Verdammt. Zwei. Schweine, Creeper, Zombies. Ich muss gleich kalt mit irgendeinem Schnellwolle handeln. Ja, wer weiß. Das ist blöd. Weißt du, Kühe, Pferde, Schweine sehe ich überall, aber... Ja, ja. Aber Schafe gerade keine. Da hinten ist das Dorf. Da hinten ist sogar eine Hexe. Das ist unglaublich. Oh Gott, hier sind Endermen. Die habe ich ja ganz vergessen. Und eine Hexe. Ja. Creeper, alles. Ich bin auf dem Weg. Ja, ja, seh dich. Okay, schnell in irgendein Haus. Die Hexe ist hinter mir her. Die hat irgendwas hinterher geworfen. Gut, ähm... Die Nerven. Ja, ich habe nur ein Bett. Scheiße. Okay, warte, ich gehe nochmal nach draußen. Okay, meine Wolle ist weg. Warum ist meine Wolle weg? Wo ist die hin? Scheiße, wasche. Vielleicht irgendwie rausgeworfen. Mist. Gehen wir in die Schmiede. Wow, sehr gütig. Vier Äpfel, vier Brote, drei Eisen. Da kommt was. Ich höre böse. Rausche. Ich bin voll. Im Ernst? Wie geht's mit dem... Was hast du denn so an Fleisch? An Essen. Das, das. Äh, Essen habe ich das hier. Ja. Ja gut, warte. Warte, warte. Das, das... Stopp, stopp. Das hilft doch schon. Hier, dann brätst du das noch. Und das noch. Dann kannst du die stecken. Und ich habe hier Rindfleisch. Das ist doch dann das Steak, oder? Rindfleisch zu Steak? Ja gut, dann nehme ich mir das Steak und dann brate ich das Rindfleisch und stecke das da drauf. So, äh, ich habe zwei Öfen draußen abgebaut, die stelle ich mal hier hin. Ja. Fuck, ich habe, glaube ich, nur einen aufgesammelt. So, du nimmst den im Raum innen und ich nehme den hier draußen. Alles klar. Das und Hühnchen. So, das Fleisch da rein, ähm. Ah, da benutze ich das scheiß Wirkenholz hier einfach mal zum Brennen. Scheiß drauf. Ja, ich habe mir daraus eben Holzkohle gemacht. Hm. So. Ich gehe nochmal kurz an die Kiste. Das kann noch weg. Äh, hast du ein Brot? Eins, ja. Hier, da kannst du die stecken. Schönen Platz spannen. Hast du, äh, Schwarzeichen-Setzlinge oder Schwarzeichenholz? Schwarzeichenholz habe ich. Wie viel? Äh, 46. Die Katze mir geben zum Stacken. Ich muss immer in die Kiste. Alles klar. Siehst du, so, so, so geht das doch alles. Alles managen. Zucker brauchen wir nicht. Blumentopf. Kann man ja selber dann machen. Der Kessel nehme ich mir mit. Der ist ganz wichtig. Die Rosen kann ich bei mir stecken. Rote Beete nehme ich mal mit. Dann kannst du mal eins hier vorne was mitnehmen. Obwohl, nee, das haben die ja hier auch noch. Dann kann ich die nämlich beraten. Ja, gut. Ähm, hier, du kriegst, du kannst noch die Spitzhacke hier mitnehmen. Vielleicht brauchst du die ja nochmal. Ja, ich denke schon. So. Brauchst du noch, hast du Fackeln? Hast du Kohle? Ja. Nein, aber ich mach mir gleich, hol mir gleich welche. Weil ich hab noch 16 Stöcke. Da können wir die Stöcke zu, zu, äh, weißt schon, zu Fackeln machen, zum Stacken. Für mehr Platz im Inventar. Ja, Stöcke hab ich auch noch 19. Ja, genau, siehst du, da können wir die nämlich... Die Stöcke kannst du mir ja erstmal geben, da kann ich die schon mal so stacken. Gut. Hier hab ich was drin, was ich gar nicht brauch. Ja. Erde. Dann sammeln wir draußen gleich noch... Wie viel Platz hast du jetzt noch im Inventar wieder? Jetzt hab ich halbes Inventar frei. Alles klar, siehst du, da kannst du nochmal haufenweise, äh... Äh, äh... Da kannst du ja später noch Schwarzeichenholz und sowas mitnehmen auf dem Rückweg. Richtig. Vor allen Dingen, was ich dann machen möchte, ich hab ne Idee, äh... Wo bist du? Da bist du? Hier? Weil ich werd ja nach Hause gehen und du wirst weiter unterwegs sein, deswegen bekommst du das Bett. Damit du dir im Notfall ein Heim bauen kannst. Achts, wie brauch ich das, damit wir die rumkriegen? Mhm. Äh, hast du zufällig Stein oder Eisen dabei, damit ich mir mal ne Waffe machen kann? Ich hab drei Eisen, gerade hier aus der Kiste Gold. Brauchst du ein Schwert? Kann ich dir schnell machen? Ja. Äh, wir haben hier keine Werkbank. Kannst du mit Holz schnell ne Werkbank machen? Ja, warte, ich mach es. Ne, ich hab eine. Ja, okay. So. Ne, nur einen Stopp, man. Bitteschön. Danke. Ach ja, auch vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht viel Nahrung, soll ich ein paar Stunden überlegen. Mhm. Ich hab hier noch was für dich. Leg ich dir da in die Kiste rein. Schon mal zwei Lederrüstungsteile. Damit du auch mehr aushältst. Oh. Ja, wird nötig. Noch eine Idee. Fällt mir grad so ein, da wir jetzt noch diesen Ein-Eisen-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn-Bahn haben. Übrig haben. Und dann ist das ja auch eigentlich ein bisschen Verschwendung, muss ich sagen. Wenn man nur einen Eisenbahn mit sich trägt. Hier. Dann kommst du hier nämlich noch ein Schild. Schick. Falls du noch Leder hast oder Pferde findest, kannst du dir dann noch, äh, Dings machen. Weißt schon, äh, äh. Benutze ich das von selbst, oder? Rechtsklick. So. Ja, damit kannst du alles abblocken. Das ist gut. Hier, den einen Ofen nimmst du, obwohl, wenn du Steine hast, oder hast du noch Steine, ansonsten nimmst du den Ofen mit. Dann nimm dir den Ofen mit. Den ziehen. Gut, es wird wieder Tag. Gut, dann zieh ich mich jetzt gleich weiter. Ja, dann essen es noch. Das kannst du ja machen und dann. Genau. Das wäre klar.